Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, drei Worte, die tief in der biblischen Offenbarung verwurzelt sind. Drei Worte, die dem Wesen des Gottes Israels entsprechen. Paulus spricht hier die Christen in Ephesus an. Sie stammten zum großen Teil aus der griechischen und aus der kleinasiatischen Bevölkerung. In ihren traditionellen Religionen zeichneten sich die Götter nicht gerade als Vorbilder in Sachen Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit aus. Stattdessen erzählen die Mythologien von Eifersucht und Kämpfen zwischen ihnen, von Bosheit und Übervorteilung, von Neid, von Lüge, von Betrug, von Ehebruch. Was wir verehren, das prägt uns. Das weiß auch Paulus und gerade deshalb ist es ihm so wichtig, dass die neu gewonnenen Christen in Kleinasien verstanden, wie anders als ihre bisherigen Vorstellungen von den Göttern der wahre Gott ist. Er ist der Gott, der sich in der Geschichte seines Volkes Israels offenbart hat, als gerechter und barmherziger Gott. Er ist der Vater des Lichts, bei dem es keine Dunkelheit und keine falschen Motive gibt. Er ist der Gott, der Bund und Treue hält in Ewigkeit. Die jungen Christen haben sich auf einen Weg eingelassen, bei dem nichts mehr beim Alten bleibt. Ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln, ihre Vorstellung, ihre Werte, ihr ganzes Leben sollen sich neu orientieren. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei Gott selbst. Es ist Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Leben als Kinder des Lichts, für die Christen in Ephesus und auch für uns ein hoher Anspruch. Aber keine Utopie, denn dieses Leben wird ganz praktisch in neuen Werten. Drei Eigenschaften drücken das für Paulus ganz besonders aus. Er nennt sie hier Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Diese drei Charaktereigenschaften sind letztlich Wesenszüge Gottes. Und so wird deutlich, die Berufung der Christen ist nicht mehr und nicht weniger als dies, dass sie als Kinder Gottes leben. Dass sie als Menschen leben, die etwas von Gott selbst widerspiegeln. Um das zu können, brauchen wir eine Neuorientierung. Immer neu. Denn es bleibt eine Aufgabe für unser ganzes Leben, das im Großen und im Kleinen nachzubuchstabieren, was es heißt, Leben als Kinder des Lichts.